erstaunlich auch gerade ja ich glaube jetzt wenn es doch ein paar mir geht stark die muni aus er hat muni fallen schnell nachladen ich habe keine die muni kam nicht gerade im richtigen moment der wachstum und er hat bei mir der rede nicht raus als er vom stich gelassen ich habe mir eine waffe gekrallt und weggelaufen rl ich war nicht schuld weil sonst haben ich ja die ganzen mädchen und das macht es auch nicht dass sie noch einmal wiederbelebt und daraus auch nur weil er im haufen lag zwischen das haben wir habe ich noch nie gemacht alle drei irgendwie doch ich meine letzte mal wieder unterbewusst gemacht lang woche auf einem haufen oder war ich das also ich nicht etwas anders und das letztes mal fahren wir nach unten dann jörg oder bleiben jetzt im fahrstuhl und verteidigen und dann geht's ab ja ich mach hier hinten die tür ja ich stehe hier mal an der seite komm machen wir los und lass den einstich ok jetzt ist der wird hier so spüren was passiert denn da der war gerade übel zwischen den türen hocks dann wirst du einfach reingekwitscht oder raus ok ich kriege hier mal rein es nicht durch zu werden kein interessanter zu werden naja kent für niemals aus folgt aber fürchtet ihr nicht einer von euch macht den auftuch an dann wenn die zu tun wird bei euch naja kann ich machen ja weil ich sie das irgendwie in schlecht für das halbe monster ja ja hier sind ein paar ja ich blockiert mich liebe zu sorter wir blockieren uns doch immer ich meine die reprädieren zu lang es noch geht ja ja ich kann ihn hinten und wenn es morgen das muni warte noch nicht noch nicht noch nicht noch nicht noch nicht noch nicht ja das passiert wenn die zombies einen schritt weiter gehen als meistvolk akzeptiert schnell reprädier dich doch ja gut äh ging eigentlich sogar mhm also wenn wir jetzt noch ein paar bessere Waffen haben wir sollten unbedingt punchen ja aber erstmal will ich juggernaut haben strom anmachen äh ich fahr mal oder sollen wir ne noch nicht ich will juggernaut erst noch also ich möchte genug punkte haben für juggernaut und dann stimmt den muss ich mir auch noch kaufen hab ich doch genug das kostet doch noch 3.000 oder 2.500 pro 5 aber punchen kostet nochmal 5.000 mhm und ich will ja auch meine pistole hier punchen ja ich auch und was soll ich bei mir punchen was sagst du denn ich punch die Dingsbums da die zahl hier aber jetzt gibt es Punkte was er macht ja auch den Colt verdienter fließen den Colt die Pistole ja genau anfangs Pistole anfangs Pistole ich hab die anfangs Pistole noch mal mhm aber die ist echt dermaßen stark oh ja ob die Granatwerfer genau ah was ach so da nehm deine fauligen Finger von meiner Uniform ich bin dann scheulicher vielleicht was hast du denn was hast du denn was hast du denn Schotti und der MP5 ne ich würd direkt die Schotti nehmen schnell schnell nein es ist noch nicht Hammer oh jetzt sind die Infrasch ich bin auf mich einer ist ein paar war immer ein paar ähm ihr fahrt ne ihr macht ich hab das schon gemacht aber das war grad knapp bis dann ich wollte mich rausglitschen oh ähm warum bin ich so schnell hier die werden runtergeportet so dann machen wir doch mal Kiste wo bist du ich brauch keine Kiste Strom hallo wir bleiben jetzt mal zusammen also wieder nach oben dann ich fahr jetzt eigentlich ziemlich schnell wieder hoch ja los schnell du hast hoch wieder ja ja äh wo ist der Schalter ich find ihn nicht da ah meine Maus was hab ich jetzt ja ich hab sind wir alle hier ne ich bin weg ja ja der Zombie der ist mitgefahren ah wow ja hab ich ihr macht das schon oder ja ja natürlich lauf ich immer in die richtige Richtung echt cool komm zu mir süßes Getränk hält mir doch hält mir ach verdammt hysterisch durchgeknallt bin ich ja würde helfen mach den Paschel an mach den Paschel an los ja ich find den walter nicht hinter dir ja hab ich doch schon angemacht oder was hab ich jetzt hilft mir los irgendwer los jetzt nicht warte mal ich muss mal Muni kaufen hab ich auch gerade und dann vielleicht mal wieder oder sollen wir weiterfahren Defcon an wir sind jetzt ach ja stimmt wer ist Defcon überhaupt wir sind jetzt so meine Abkürzung schätze ich mal ich bin bei Dette was was doch trau dich das noch mal sicherheitsverriegelung abgehoben ah ich bleib mal hier tsch hast du alle an ja es wird punchen können wir ja ok na ich kann nicht ich hab viel zu wenig Geld man dann steck ich meine Pistel da rein los Zeit zu gehen ich könnte jetzt machen ja dann mach warte warte oh mir fehlen noch nicht nicht blocken nicht blocken aber das ja dann steht ihr gleich weg 3 2 was trinken 1 und die Tür geht auf und warum ist seit 8 wo wir sind tot äh wenn wir uns um den Stichl boah ich steck fest ja ah und das ist praktisch jetzt in der Tat nehme ich meine Stack-Out wieder ja naja äh naja du packst mich die ganze Zeit halt einfach raus so so erstmal wir beleben ach wieder zusammen oder nein hab ich nicht Schützung das macht mehr Spaß als ein Wahlkampf was mehr Spaß als ein Wahlgang ok Wahlkampf äh oh 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 wehrtot äh hinter dir der hinter dir ooooh oh 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 das wäre wir beleben oh hinter mir ungefähr macht das irgendwie mehr Scham wenn man in die Eier schießt äh ich will mich nicht festlegen aber ich glaube ja ich will mich mehr Scham wenn ich von oben ran gespringt wo man genau die andere hält ich habe ich schon Juggernaut ja ich schon das heißt hier glaube ich Juggernaut da gibt es einen Unterschied zwischen dem Teil und dem anderen Zombiemodus ja Juggernaut wo ist Juggernaut wo ist Juggernaut ach da ja NUG komm zu mir einfach her wohin wohin wo wen ja oh wunderbar jetzt hier gleich mal reingehen und die Stagger-Oat reinhauen die alte Scheiße sehr schön oh ja wie viele noch äh vorerst finde ich die Einstellung super will noch wer will noch wer ich kann hier grad ja ich bin total 25 Zombies ungefähr gut geschätzt würde ich selbst mal so sagen und Juggernaut verschwendet ich punch den lieber guck mal ran Zombies guck mal ran Zombies oder auch nicht und lässt uns immer leidner ey so wollen wir da rein eh total mal so ich jetzt eh zu spät wir sind jetzt in der Klasse oh 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 nein ich hab geheilt ähm heilen heilen bitte lebt noch irgendwer ja ja heile uns dort Prost komm das funktioniert 100 Eisen ich hab noch 10 Schuss mit meiner Waffe was sie sterben nicht nein das war schon wieder so schlecht ach Mensch sie sind aber nicht gestorben ich hab ihnen 5 Schüsse in den Fresse geballert und sie leben einfach noch ich hab 14 wiederbelebt oh ha also das ging schnell ich bin ja gestorben als ich einen heilen wollte und dann kamen plötzlich ganz viele Zombies gemerkt ja ja aber ich weiß nicht weil du mich nicht weggegangen bin hä ich muss dich lieber sterben lassen ja ich hör auf ich hör dann auf gell ja ja oder ja dann werde ich jetzt mal die Aufnahme und tschau tschüss tschüss tschau ruf 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 Vielen Dank.